Musik Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Sonja Pichota-Schober. Ich arbeite hier in der Kunstwerkstatt als Kursleiterin. Und wenn ihr richtig Lust aufs Zeichnen habt, dann solltet ihr mal vorbeischauen. In meinem Zeichenkurs für Kinder ab 8 Jahre kann jeder, der Spaß am Zeichnen hat, seine Zeichenkenntnisse vertiefen. Wir schauen uns Proportionen an von Gegenständen oder auch von Mensch und Tier. Und ihr werdet ganz verschiedene Zeichentechniken kennenlernen. So zeichnen wir zum Beispiel nicht nur mit Bleistift und Buntstift, sondern auch mal mit Kohle, Feinliner oder Kugelschreiber. Ich gebe euch Tipps und Tricks beim Zeichnen. Wie man Schatten zeichnet, Blumen, Tiere. Wir gehen mal raus, zeichnen mal die Brückenhäuser. Wir zeichnen alles auf, was ihr Lust habt. Musik Schön finde ich es, dass viele Kinder schon mit ihrem eigenen Zeichenstil zu mir kommen und nur noch ein paar Tipps und Tricks benötigen, um diesen weiter auszubauen. Ich würde mal behaupten, wenn man Spaß am Zeichnen hat, dann kann auch jeder Zeichnen lernen. Musik Zeichnen kann man ja nicht nur Objekte und Gegenstände oder Tiere, sondern auch Schrift. Und deswegen gebe ich hier an der Kunstwerkstatt zum Beispiel auch den Lettering-Kurs, wo wir ganz viel Schriften zeichnen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.